Haben Sie sich schon mal mit einem Hirsch unterhalten? Am Freitag finden in Dortmund die deutschen Meisterschaften im Hirscherufen statt. Ja, Sie haben richtig gehört. Zum 18. Mal treten Teilnehmer im Hirscherufen gegeneinander an. Wir sind neugierig. Wie und warum ruft man einen Hirsch? Ich kann mir nicht vorstellen, warum man Hirsche ruft. Wahrscheinlich auch nicht zu erforschen oder sowas. Weil es denen Spaß macht? Also ich kann es nicht beschreiben, auch nicht nachmachen. Hirsch, 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 hirsch. Irgendwie sowas. So ähnlich. Die Röhren auf jeden Fall. Wir haben uns einen Experten gesucht, der uns das mit dem Hirscherufen mal genauer erklärt. Hans Albrecht Hewiger beherrscht die hohe Kunst der Lok- und Rufjagd. Er erklärt uns, dass es im Winter wenig Sinn macht, einen Hirsch zu rufen. Das funktioniert nämlich nur bei männlichen Rothirschen in der Paarungszeit. Also von September bis Anfang Oktober. Während dieser Zeit, da schreien die Hirsche, wie der Jäger das nennt, nicht vor Schmerz, sondern vor Lust. Und das ist ein intensives Austauschen von Informationen zwischen den Hirschen über dieses akustische sich melden. Und das kann der Jäger ausnutzen, indem er so tut, als ob er auch ein Hirsch wäre und sich in das Gespräch der Hirsche einschaltet. Das Ziel ist klar, sich nah genug an den Hirsch heranpirschen, um womöglich einen Jagderfolg zu erzielen. Aber wie imitiert man denn nun fließend hirschig? Der Hirsch hat erstmal seine individuelle Stimme, die sich im Laufe des Lebens deutlich verändert, wie beim Menschen auch. Und er hat dann verschiedenste Möglichkeiten, seine Situation zu beschreiben. Der Hirsch macht also seine Situation deutlich. Wenn er sitzt und müde ist, dann knört er nur. Im Vollbesitz seiner Kräfte orgelt er laut und lange. Und dann kann es eben zu einer Unterhaltung kommen. Der sagt immer wieder, ich bin hier der Platzhirsch, komm ruhig her. Ich werde es dir schon zeigen und ich als suchender Hirsch melde mich. Ja, ich komme und werde dich schon in die Schranken weisen. Ganz wichtig für den Hirschrufer sind Hilfsmittel, damit Ton und Resonanz verstärkt werden. Mit der bloßen Stimme kriegen wir einen Hirschruf nicht hin. Und das Aufwendigste, was es in dieser Richtung gibt, ist die Tritonmuschel aus der Südsee. Aber, wer hätte das gedacht? Auch Petroleumlampen eignen sich zum Hirscherufen. Man kann auch andere Resonanzkörper nehmen, wie zum Beispiel so eine Gießkanne. Auch da kriegt man so einen Ton hin, aber wir werden mit so einem Ding auf die Yacht gehen. Deswegen bevorzugen die Jäger hierzulande irgendeine Art von Rohr. Sein Lieblingshilfsmittel ist dieses Herakleumsrohr. Also das ist für mich das Praktischste und so ein Ding auf der Yacht dabei haben, das ist keine große Belastung. Und darauf kann man dann entsprechend versuchen, das nachzumachen. Das scheint gar nicht so schwer zu sein. Doch Herr Hewiker erklärt uns, Hirscherufen kann man nur lernen, wenn man sich intensiv in die Sprache der Hirsche reinhört. Das ist ja nicht nur in freier Wildbahn, sondern in jedem Gehege, wo Rotwild ist, ist natürlich auch Hirschbrunft im September. Und da kann man sich in aller Ruhe hinsetzen und sich das erstmal anhören. Und nur wenn man das hört und intensiv hört und immer wieder, dann kann man versuchen, es nachzumachen. Und dann kann man sogar versuchen, da im Gehege mit dem Hirsch Kontakt aufzunehmen. Also, auch beim Hirscherufen ist es wie so oft im Leben. Die Übung macht den Meister. In freier Wildbahn sollte das normalerweise nicht so sehr stattfinden. Wenn da alle Leute kommen und anfangen, da einen Hirsch zu imitieren, dann ist das für die Tiere einigermaßen verwirrend, weil sie ja merken, das ist alles nicht echt. Vielen Dank.